Hallo Leute, Ahrensburg, Alex Wiener hier und heute werde ich euch zeigen, wie man denn den Erfolg, wenn die Revolution ausbricht, bekommen kann. Und als erstes brauchen wir dafür eine Raygun Mark II, dann brauchen wir unseren Kumpel Leroy, den müssen wir dann auf diesen Brunnen hier schicken, damit er den kaputt macht. Danach geht es zum Labyrinth in die Mitte, da schießen wir einfach mit unserer Raygun drauf, dann geht das Ding kaputt. Und hier habe ich das ein bisschen andersrum gemacht, ich habe erst hier den Brunnen kaputt geschossen, bevor ich mit Leroy den Brunnen kaputt gemacht habe, also war das hier bei mir ein bisschen fehlerhaft. Aber wenn ihr auf jeden Fall den Brunnen zerstört habt, außen mit Leroy und den hier kaputt macht, ist innen drin so ein Strudel, wie ihr gerade gesehen habt, da springt ihr einfach rein und dann landet ihr wieder am Spawn. Und dann kriegt ihr auch schon den Erfolg, wenn die Revolution ausbricht. Und ja, das war es auch schon mit dem Video, relativ einfach eigentlich, muss ich sagen, aber war schwer rauszufinden. Und ja, wenn das Video euch gefallen hat, dann gebt dem Video doch einen Daumen nach oben. Und falls ihr hier neu seid auf dem Kanal, dann könnt ihr natürlich auch gerne abonnieren, um weitere Zombie-Tutorials zu sehen. Das war es jetzt von mir, dann sehen wir uns demnächst, ciao.